Du, du kannst wegbleiben. Ich hab keinen Streit mit den Nora. Und ich hab keinen Streit mit dir. Was ist das hier? Dies ist Jagdgebiet. Ich bin der Hüter. Hier gibt es Elementprüfungen für die Aufnahme in die Jägerloge. Jetzt weißt du es und kannst wieder gehen. Warte, was, wenn ich eine dieser Prüfungen ablegen will? Dann muss ich sie dir anbieten. Du bist nicht gerade freundlich, was? Oh, und die Nora schon? Tötet ihr nicht alle Eindringlinge und Fremden? Davor hast du also Angst? Hör zu, ich hab mir das nicht ausgesucht. Sie sagten, es sei eine Ehre und haben mich dann so nah am Heiligen Land positioniert. Ich halte mich an das, was ich kenne. Herde und Prüfung. Und hoffe, dass mich kein Nora wegen der roten Raubzüge umbringt. Nur, dass du's weißt. Ich hab nicht vor, dich umzubringen, okay? Schön. Aber ich bleib wachsam. Was sind die Prüfungen? Hier wird das Geschick des Jägers mit unterschiedlicher Munition beim Jagen von Maschinen getestet. Wenn du meine Prüfung nicht schaffst, solltest du vielleicht eines der leichteren Jagdgebiete aufsuchen. Wie viele Jagdgebiete gibt es? Fünf insgesamt. Du wärst ganz bestimmt irgendwo willkommen. Was ist die Jägerloge? Das, wonach es klingt. Ein Ort, an dem Jäger sich treffen, sich Geschichten erzählen und Maschinen jagen. Klingt ja ganz einfach. Einfach? Was weißt du schon? Dass du für jemanden, der keinen Ärger mit Nora will, ganz schön dich dran bist. Gut. Du hast die Dreihalbsonnen, die du zum Beitritt zur Loge in Meridian brauchst. Jetzt wirst du sehen, wie einfach es ist, da klarzukommen. Drei zur Auswahl. Nur zu. Bei diesem Test schießt du mit Feuerpfeilen auf Behälter von Läufern. Triffst du sie richtig, gibt's nen schönen Knall. Wunderbar. Rutsch ein Seil runter und die Zeit läuft. Wenn ich mich bei diesen Prüfungen beweisen will, sollte ich es fair und ehrlich tun. Wunderbar. Das war's für heute. Ich komm' hier raus. Ich komm' hier raus. Ich komm' hier raus. Ich möchte jetzt keine Prüfung. Oh, gut. Ich komm' hier raus.